Plattenbörse in Münster heute, im Jufel. Und ich habe ein tolles Exemplar von einer alten Jill Evans Prestigeaufnahme, das ist aber ein Reissue, was vor ein paar Jahren wieder erschienen ist, gefunden, gewaschen und gerade natürlich reingehört. Aber das wollte ich euch heute ja nicht zeigen. Ich wollte euch heute ja die erste Pfeife zeigen, die ich in Loma, ich wollte sagen in Loma gekauft habe. Nein, natürlich nicht in Loma, sondern in Haselünne. Und wenn ihr wissen wollt, welche das ist und von wem sie stammt, dann bleibt dran. Loma war gar nicht so verkehrt, weil die Pfeife, die ich euch gleich zeige, die ich in Haselünne gekauft habe, habe die stammt vom selben Pfeifenmacher, von dem ich auf der letzten Loma-Messe eine Pfeife gekauft habe. Und zwar zeige ich euch diese mal zuerst. Das ist dieses wunderschöne kleine Stück, die wirklich bei mir jede Woche zum Einsatz kommt. Und diese Pfeife habe ich auf der letzten Loma-Messe von Martin Esser gekauft. Und Martin Esser ist ein Pfeifenmacher aus dem Saarland, von dem ich ehrlich gesagt relativ wenig weiß. Er ist auf jeder größeren Pfeifenmesse vor Ort und zeigt seine Pfeifen, verkauft seine Pfeifen, fällt immer wieder durch seine sympathische Art auf. Er ist meiner Meinung nach sehr bescheiden. Übrigens auch, und das ist einer der Punkte, die wirklich zu beachten ist, meiner Meinung nach, auch in Bezug seiner Preisgestaltung. Es gibt ja den ein oder anderen, gerade jüngeren Pfeifenmacher, wo ich mich dann manchmal schon wundere und sage, sandgestrahlte Pfeife, da steht eine 3 vorne am Preis. Kollege, das ist eine Sache, wo ich dann nichts gegen sandgestrahlte Pfeifen, natürlich ist mir bewusst, Arbeitsaufwand plus etc., alles kein Thema. Das sind keine Seconds, weiß ich alles. Aber nichtsdestotrotz ist es ja immer noch was anderes, ob ich jetzt wie hier von Martin auch ein wirklich schönes Grain noch habe und die Pfeife also tatsächlich keine größeren Fehlstellen aufweist. Und ich kann mich durchaus erinnern, dass ich sowas von ihm in Loma, ist natürlich schon eine Handvoll Jahre her, für glaube ich irgendwie 120, 140 Euro gekauft habe. Also das ist schon wirklich Fakt. Das war damals wirklich vom Preis und von der Leistung her war das für mich tatsächlich herausragend. Verarbeitung ist richtig klasse. Was mir an der Pfeife, wenn ich meckern wollen würde, vielleicht auffällt, ist, dass das Mundstückmaterial, das ist kein Acryl, das ist also noch wie gesagt, dass das das althergebrachte Material, dass das letztendlich sich manchmal von bisher etwas so anfühlt, als wenn es eine preiswertere Schiene ist, die er dort zugekauft hat. Aber bei dem Preis, das wäre unverschämt, das jetzt als Negativpunkt aufzuführen. Ich sage es nur deshalb, weil es sich bei der neuen Pfeife deutlich gebessert hat, sage ich mal, beziehungsweise weil die neue Pfeife da nochmal deutlich heraussticht. Und das ist mir halt aufgefallen in dem Moment. Ja, genug von der alten Pfeife. Jetzt komme ich zu der neuen Pfeife. Bevor ich sie euch zeige. Ich bin reingekommen in Haselünne und hatte den Plan, weil ich auch mit ihm Kontakt gehabt habe, eine Pfeife von Henrik Kroll zu kaufen. Und wie der Zufall ist, so will, sitzen Henrik und Martin, ich blende auch mal ein Foto ein, sitzen zusammen an einem Tisch oder sitzen nebeneinander, sage ich mal letztendlich. Da habe ich schon gedacht, aha, das ist schon der erste Wink des Schicksals. Wenn du nicht eine Pfeife von Henrik, sondern vielleicht zwei Pfeifen kaufen solltest, noch von einem zweiten Pfeifenmacher, da hat dann ja das Universum schon mal ganz klar den Finger gezeigt und dir gesagt, okay, schau mal, da sitzt dann tatsächlich auch noch der Martin. Ich habe dann erst bei Henrik Pfeifen geguckt und hatte mir auch schon von Henrik eine ausgesucht, vorher von Bildern her. Habe dann zu Henrik gesagt, ah, die andere, die da liegt bei dir, die ist auch sehr schön. Aber das werde ich in dem zweiten Video alles nochmal genau aufdröseln und habe eigentlich nur so, ja nicht durch Zufall, aber so nebenbei mal nach rechts geschaut zu Martin oder zu Martins Pfeifen. Und da stach mir sofort eine Pfeife ins Auge und zwar, so witzig es sich anhört, aufgrund des Mundstücks. Gerade ja gesagt, dass Martins Mundstücke vor einigen Jahren guter Standard, aber Standard waren. Und dann habe ich etwas gesehen. Ich hoffe, ich kann es euch zeigen anhand oder im Video. Aber ich blende euch einfach mal die Bilder ein, die ich gemacht habe und dann können wir uns in Ruhe zusammen angucken, was mir da direkt ins Auge gesprungen ist. Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich finde es sensationell. Ich habe jetzt nochmal die Position gewechselt, damit das Licht letztendlich besser fällt, sodass ihr nochmal gucken könnt live im Video. Ist das nicht ein Schmuckstück? Also das ist für mich von der Größe her, von der Verarbeitung her. Spaltmaße brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist perfekt bei Martin. Aber wie gesagt, von der Machart und von dem abgedrehten Mundstück oder wie man es immer nennen soll, im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich die Pfeife einfach sensationell. Keine Frage. Was mir bei Martins Pfeifen auch immer wieder auffällt, ist, dass sie einen perfekten Zug haben. Ich habe ja einige Pfeifen, die ich jetzt selber nochmal auf 4 mm weiter aufgebohrt habe, weil mir der Zug einfach nicht einfach oder nicht leicht genug war. Und hier muss man ganz ehrlich sagen, also da gibt es nichts zu vertun. Das ist das einfach. Es ist noch ein Ringgrain. Und auch hier wiederum eine Preisgestaltung, die ich, also ich will da gar nicht lange rumtrommeln, aber da steht keine 2 vorne und auch keine höhere Zahl. Also von daher muss man natürlich bei jeder Pfeife individuell mit ihm absprechen, letztendlich, was hier einem wert ist, beziehungsweise was er halt aufruft, aufgrund der Besonderheit, aufgrund des Arbeitsaufwandes etc. Aber das sind einfach, das sind einfach Geschichten, finde ich, finde ich hammer. Kommen wir zum Schluss zu einem kleinen Haken letztendlich. Wie kauft man eine Martin-Esser-Pfeife? Ich habe da mit ihm noch nicht drüber gesprochen, aber wollte es eigentlich dringend mal machen, weil ich habe festgestellt in der Recherche vor dem Video, der Martin hat keine Homepage. Der Martin ist per E-Mail zu erreichen, ja, aber wie gesagt, er hat keine eigene Homepage. Wenn man mal im Netz sucht, findet man den ein oder anderen Verweis auf seine Pfeifen und es gibt vielleicht auch den ein oder anderen Händler, der sie führt, aber da muss man ganz einfach ja ihn mal direkt anschreiben und um Fotos bitten in dem Bereich. Aber da ist natürlich auch die Frage an dich, Martin, letztendlich. Ich weiß, dass es gibt eine reservierte Domain über deine Pfeifen. Die steht aber meines Wissens schon seit einigen Jahren in Bearbeitung. Kommt da bitte was oder was dürfen wir da erwarten? Du und deine Pfeifen, ihr habt es verdient. Von daher ist da die Möglichkeit. Ansonsten natürlich, klar, die Alternative geht auf die Pfeifenmessen, was ja sowieso einfach jedem nur strengstens zu raten ist. Und da werdet ihr Martin antreffen und habt da die Möglichkeit, letztendlich so eine tolle Pfeife von ihm zu erwerben. Das soll es gewesen sein. Ich würde es gar nicht zu lange machen und würde sagen, schon mal eine kleine Cliffhanger. Beim nächsten Video geht es halt um die Henrik-Kroll-Pfeife, die ich in Haselünne gekauft habe. Auch ein besonderes Stück in meinen Augen. Freut euch drauf. Ihr werdet es sehen. Ich wünsche euch was. Danke. Ciao.